Hey, herzlich willkommen zu deinen Tagesenergien für rund um Mittwoch, den 1. Juni. Wow, wir sind im Juni angekommen. Unfassbar. Das ging mir ja schon so, als ich die Juni-Readings gemacht habe für die Sternzeichen. Also guck mal hier auch in die Juni-Playliste rein, wenn du das noch nicht angeschaut hast. Dein längeres, ausführlicheres Karten-Reading für den neuen Monat, dann check das mal aus. Da dachte ich schon so, Juni? Das fiel mir so schwer, das zu sagen. Aber da sind wir. 1. Juni, Kindertag. Wenn du Kinder hast, dann beschenke sie mehr als sonst. Wenn du keine Kinder hast, beschenke dich selbst mehr als sonst. So, wir legen mal los und gucken mal, was die Energien für dieses Datum sind. Mittwoch, der 1. Juni oder halt auch rund um dieses Datum. Worum geht es denn weiter an diesem Tag? Erstmal so energetisch. Es geht um Karriere. Hier haben wir unseren Karrierebaum, der so ein bisschen auf jeden Fall vom Licht beschienen ist. Aber wir sehen auch, der hat so ein paar kahle Zweige, der hat so ein paar üppigere Zweige. Und wir haben hier diesen Hinweis, also deinen Erfolgsweg. Und egal, ob du jetzt, also ich deute das jetzt schon mehr so auf Businessleben, auf berufliches Leben, aber es kann natürlich auch eine erfolgreiche Partnerschaft sein, erfolgreiche Persönlichkeitsentwicklung, erfolgreiches Leben mit dir selbst. Ja, also nimm das so, wie du das jetzt am besten deutest. Es ist halt immer ein Auf und Ab. Mal bist du Baum, da haben wir ja auch den Baum. Und mal bist du Hund. Und das ist total in Ordnung so. Das ist total normal und richtig. So wie wir Tag und Nacht haben, so wie wir Ebbe und Flut haben. Ich glaube gerade, dass das Ebbe-Flut-Beispiel ist ein ganz gutes, weil wenn Ebbe ist, das Wasser ist ja nie weg. Es ist ja trotzdem da und wir vertrauen darauf, dass es in einer Regelmäßigkeit zurückkommt. Und wir wissen auch, dass es in der gleichen Regelmäßigkeit wieder geht und wieder kommt und wieder geht. Und von daher brauchen wir gar nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn die Sachen mal nicht ganz so laufen, wie wir das gerne hätten oder wie es uns schöner wäre oder so. Sondern zu sagen, okay, ich weiß ja darum, wir haben Ebbe und Flut, auch im Business-Kontext. Und das ist in Ordnung, das darf es sein. Weil wie nutze ich denn die Zeit der Ebbe? Wie nutze ich das denn am besten? Nutze ich es und sage mir, naja, okay, ich habe ja eh immer so viel zu tun und komme gar nicht so dazu, mein Buch zu lesen oder zur Massage zu gehen oder was auch immer. Dann nutze doch die freigewordene Zeit, die Ebbe-Zeit, in der weniger zu tun ist, um solche Dinge zu machen, die du sonst immer gerne machen willst, aber die Zeit nicht dazu findest. Oder nutze die Zeit, um in die Planung zu gehen, um Dinge anzupassen, um Dinge zu optimieren, um zu sagen, ja Mensch, das wollte ich ja eh mal überarbeiten, na dann mach das doch jetzt. Und frag dich auch, ich meine, jetzt ist der Juni ja auch so ein Wendemonat, die Sommersonnenwende kommt wieder rein, ja, die Tage sind zwar gefühlt wärmer und heller, aber eigentlich wird es dunkler. Guck doch mal, was du vom Rest des Jahres erwartest und was du vielleicht haben willst, was du kreieren willst, womit du dich beschäftigen möchtest, mit wem du deine Zeit verbringen möchtest. Jetzt wirklich mal auf Kunde gesprochen, wer sollen deine Kunden sein, mit wem möchtest du mehr Zeit verbringen, mit wem möchtest du zusammenarbeiten, wie könnte dein Tagesablauf strukturierter aussehen, so dass du dich wohlfühlst und die bestmögliche Zeit auf deiner Arbeitsstelle hast. Egal, ob du angestellt bist oder selbstständig, total wurscht. Wie hättest du es denn gerne? Und die Zeit für Reflexion zu nehmen, wenn halt gerade mal Ebbe ist, das ist doch ziemlich genial. Weil wenn der Laden läuft und du am Rotieren bist, dann kommst du ja nicht dazu. So, und wenn du jetzt aber eher auf dieser Seite des Baumes gerade unterwegs bist, dann achte mal auch ein bisschen auf den Ausgleich, dass du eben nicht nur am Rotieren bist, jetzt gerade in der warmen Jahreszeit, dass du auch eben die Sonne und die Natur genießt und nicht sagst, naja, ich muss mich jetzt hinter meinem Schreibtisch verschanzen, weil ich habe so viel zu tun. Ich kann mich jetzt nicht um schöne Sachen kümmern. Ich muss jetzt ackern und sehen, dass ich irgendwie fertig werde. Ja, klar, müssen wir alle. Und nichtsdestotrotz kannst auch du deinen Tag so gestalten, dass du das Bestmögliche da rausholst, indem du dir bewusst Pausen einplanst, nicht einen Termin nach dem nächsten packst, nicht ein To-Do nach dem nächsten machst, sondern dir vielleicht auch einen Wecker stellst und sagst, okay, wann will ich den klingeln lassen? Nach jeder Dreiviertelstunde, nach 90 Minuten? Und was mache ich denn dann in der Pause, die ich mir dann nehme? Dass du dir, weiß ich nicht, 10 Minuten, eine Viertelstunde nimmst, 20 vielleicht sogar. Ja, was mache ich denn, da bewege ich mich, gehe ich wirklich mal raus. Und wenn du nur einmal um den Block läufst oder wenn du Natur in der Nähe hast, dich mal in den Park setzt und ruhe Kaffee, Tee, Wasser, Smoothie, was auch immer trinkst, mal kurz durchatmest, frische Luft atmest und dann aufgetankt weitermachst. Und glaub mir, du wirst schneller vorankommen, wenn du Pausen machst. Ist vielleicht ein Widerspruch, wenn man dem so zuhört, wie ich soll nichts machen, damit ich dann schneller machen kann. Macht es nicht mehr Stress? Nee, es macht weniger Stress, es macht weniger Druck, weil du einfach frisch bist, mal raus bist und mit einem frischen Blick auch wieder auf deine Arbeit gucken kannst. Vielleicht kennst du das vom Puzzeln, falls du schon mal in deinem Leben gepuzzelt hast. Du sitzt vor diesem Teileberg und denkst dir, ich finde das Teil nicht, es ist nicht da. Na ja, okay. Dann gehst du erst mal Abendbrot essen, kommst zurück und sagst, ach, da ist es ja. Klack. Deswegen sind Pausen genial. Auch wenn viel los ist, eigentlich eben, wie heißt es so schön? Wenn du keine Zeit hast, solltest du eine Stunde meditieren. Wenn du Zeit hast, reichen 20 Minuten. War doch irgendwie ein Buddha, wer hat das gesagt? Buddha, Osho? Irgendjemand Cleveres hat das mal gesagt. Schreib mal in die Kommentare, wenn du weißt, von wem der Spruch war. So, wir gucken mal ins Tarot, was wir hier noch für dich haben an Botschaften für den heutigen Tag. Wie du siehst, heute ist es wieder sonnig hier. So, was haben wir denn noch? Wir haben, ja, die, pass auf, die Temponskarte über Kopf, pass auf, dass Yin und Yang im Ausgleich sind. Also Yin und Yang einmal emotional, Ebbe und Flut. Ja, wenn die Sachen nicht so laufen, wisse, es ist total normal, kannst dich reinentspannen. Leichter gesagt als getan, ich weiß, aber ja, hier nochmal der Hinweis, alles ganz entspannt. Und wenn es hoch hergeht, dann aber auch, gönn dir die Auszeiten. Pass auf, dass du nicht ausbremst oder im Hamsterrad landest oder auch, schlimmstenfalls, die Freude verlierst an dem, was du tust, weil du einfach nur am Abarbeiten bist. Das kann ja auch keiner wollen. Und lass los, ja, vier der Münzen über Kopf. Jetzt macht mir die Sonne einen Strich durch die Rechnung. Sehr clever, ein Glitzer-Tarot zu nehmen, wenn es so sonnig ist. Aber ich liebe es einfach. Ja, also vier der Münzen über Kopf, lass los von. Aber ich muss ja noch, aber ich muss ja noch. Und überhaupt, ich sag mal, was kriegst du? Also, ja, kriegst du einen Pokal überreicht, wenn du jetzt noch ein bisschen mehr machst? Und vielleicht kriegst du sogar einen Pokal. Aber ja, schön, wenn er da steht und du dadurch darüber hinaus aber auch schöne Momente mit lieben Menschen verpasst. Ja, oder auch schöne Momente mit dir. Also auch hier nochmal, gemacht, gemacht, mach langsam. Die Schiffe kommen in den Hafen von ganz alleine. Du hast alles gemacht, um in die Ernte gehen zu können. Jetzt bleib dran, entspann dich rein. Dann wird alles, ja, auch wenn jetzt, sag ich mal, gerade in der Ebbe-Phase sein sollte hier in unserem Baum. Dann entspann dich rein, kommt wieder. Also hier nochmal der Hinweis. Und wenn es gerade hoch hergeht, entspann dich erst recht rein. Mach langsam, hast du alles, was du brauchst. Ja, unsere Königin der München. Du hast doch alles, was du brauchst. Atme aus, entspann dich rein. Laden läuft doch. Mach mal langsam was. Oh, da springen sie mir weg. Ja, wem willst du denn was beweisen? Wem willst du denn was beweisen? Weil eigentlich bist du doch voll auf deinem Triumphweg. Eigentlich läuft es doch. Und auch wenn du vielleicht nochmal rausrutschen solltest und sagst, naja, aber. Weil das ist ja oft so. Ich erlebe das oft bei meinen Klienten, wenn die super erfolgreich sind, dass sie dann irgendwann viel mehr Angst davor haben, dass das Geld wieder weggehen könnte. Dass es über Nacht weg ist. Statt sich da rein zu entspannen, was sie sich halt erarbeitet haben und zu sagen, wow. Und das hast du oft bei Menschen, die sich eben selbst erarbeitet haben. Ja, die aus ärmeren oder normalen Verhältnissen gekommen sind und dann überfliegermäßig super, ja, aufgrund eigener Arbeit super gut in die finanzielle Freiheit gekommen sind. Die haben oft Angst, was ist, wenn sie wieder weg ist und ackern und ackern und ackern und können gar nicht mehr aufhören. Und Workaholic, wie auch immer, weil sie so eine Angst haben und übersehen dabei, sich einfach mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Moment mal, ich habe es doch geschafft. Und warum soll es denn wieder weggehen? Ich arbeite ja trotzdem weiter freudvoll und diszipliniert an den Dingen. Das mache ich doch. Da kann ich mich auf mich selber verlassen. Da können meine Mitarbeiter sich auf mich verlassen, meine Kollegen, meine Kunden, mein was auch immer. Die können sich alle auf mich verlassen. Ich mich selber auf mich am allermeisten. Aber gleichzeitig kann ich ja auch mal ein bisschen langsam machen und sagen, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Wenn ja, wunderbar, mache ich so weiter. Wenn nicht, dann was darf anders werden, dass auch die Freude zurückkommt, dass ich wieder ausatmen kann. Ja, Temperance-Karte, dass ich wieder ausatmen kann, dass ich nicht auch eben, wie schon sagte, die Freude verliere. Die kann mir ja eigentlich auch über Kopf die Freude verliere an dem, was ich eigentlich mir mal freudvoll aufgebaut habe, weil ich jetzt nur noch am Abarbeiten bin. Vielleicht musst du auch darüber nachdenken, jemanden einzustellen, der dir Dinge abnimmt. Das könnte ja auch nochmal ein Thema sein. Genau, stell jemanden ein, das ist ja witzig, ich wusste schon, welche Karte kommt. Stell jemanden ein als Assistenz an deine Seite, weil innerlich weißt du auch, dass du einfach einen ganzen großen Schritt weiter bist, als irgendwann, als du mal losgelaufen bist. Und jetzt, also auch hier nochmal, die absolute Früchtefülle, guck mal, sie hat ja diesen Granatapfel da im Hintergrund, unsere hohe Priesterin. Also was soll dir denn passieren? Das ist alles, also selbst wenn es nicht läuft, läuft es gerade mega genial. Also entspann dich da rein, vertrau darauf und im Gegenteil, eher steht noch der nächste Schritt in die nächste Größe an. Und wenn es gerade Ebbe ist, dann wunderbar, weil dann kannst du diesen nächsten Schritt planen. Und wenn es gerade hoch hergehen sollte, dann stell jemanden ein, hol dir jemanden an deine Seite, ob festangestellt, Teilzeit oder als virtuelle Assistenz oder wie auch immer, damit du nicht alles alleine machen musst. Weil der nächste große Karriereschritt, der steht jetzt einfach mal sowas von an und innerlich weißt du das auch. Und wenn du das irgendwie noch nicht glauben kannst, wir haben ja die Mondkarte unten drunter, dann guck, warum du das nicht glauben kannst. Dann schnapp dir dein Journal und schreib mal, was lässt mich zweifeln? Wo kommt der Nicht-Glaube an mich oder an meinen Erfolg her? Schreib das einfach mal auf. Wenn du magst, können wir da auch nochmal dran arbeiten, rein strategisch-coaching-mäßig oder eben auch durch ein Energetic Clearing, dass wir da nochmal so ein paar alte Glaubensmuster auflösen. Das können wir super gerne zusammen machen. Den Link zu meiner Energiearbeit findest du ja eh unten in der Infobox. Aber es ist einfach, ja, mega hier. Mega, wirklich. Entspann dich da rein. Was haben wir denn abschließend noch für dich? Noch hier so ein Rad, den wir für dich haben. Da haben wir einmal schon wieder Hidden Devs. Guck tiefer. Guck nochmal hin. Also wenn du gerade im Nicht-Vertrauen bist, weil du denkst, also entweder weil es nicht läuft oder eben weil es läuft, du aber Angst hast, dass es irgendwann nicht mehr laufen könnte. Weißt du, Ebbe und Flut. Du weißt, es wird immer mal irgendwann nicht hundertprozentig laufen. Ja, so. Ist halt so. Aber guck da nochmal hin. Wo kommt diese Angst her? Wo kommt dieses Nicht-Vertrauen her? Guck da wirklich nochmal tiefer. Guck auf den Boden der Tatsachen. Gegebenenfalls auch hier, hol dir jemanden, der dir dabei hilft. Ja, mach das. Also geh es alleine an oder hol dir jemanden, der dir hilft. Aber guck da hin, damit du dich da rein entspannen kannst in die Situation. Und wir haben Wait for Winter. Warte auf den Winter. Also auch hier nochmal Ebbe und Flut Thematik. Ja, du weißt, mal ist Erntezeit und mal ist Ruhezeit. Und guck, was bei dir jetzt gerade ansteht. Ja, du hast ja auch nochmal zur Tempenskarte über Kopf. Guck, was bei dir gerade ansteht. Für den einen oder anderen kann das natürlich ein definitiver Hinweis sein von, ja, wenn es jetzt gerade nicht so läuft, warte mal bis Winter. Dann wird schon. Ja, also es kann auch sein. Oder auch plan dir mal einen Urlaub ein für die Winterzeit. Ja, wenn es bei dir jetzt vielleicht gerade super hoch hergeht, dann, ja, das kannst du auch für dich nochmal deuten, wie es für dich am stimmigsten ist mit dieser Karte. Jetzt auf mein Reading hier generell bezogen würde ich schon nochmal sagen, wie mit der Karrierekarte, Ebbe und Flut im Leben hast du halt immer. Und wenn der Winter kommt, dann nutzt die Zeit, um runterzufahren, um in die Ruhe zu gehen, um in die Reflexion zu gehen. Nutzt die Zeit, in der es nicht hoch hergeht, wirklich für dich. Und habt dann neue Kraft, wenn es wieder hoch hergeht, statt sich hinzusetzen, das Vertrauen zu verlieren und zu jammern, dass es nicht so gut läuft, weil du weißt, danach kommt auch der Sommer wieder zurück. Das ist einfach ein Naturgesetz. Genau. Aber wie gesagt, vielleicht hast du auch irgendwas, wo du sagst, na ja, aber wann wird es dann, wann wird es dann? Dann vielleicht in der Winterzeit. Also kannst du dich ja auch rein entspannen. So, dann lass uns mal nochmal die Engelkarten befragen mit einem Thema, mit einer Frage, die dich vielleicht gerade beschäftigt. Ja, vielleicht magst du auch kurz auf Pause drücken, bis du deine Frage hast, bis du dein Thema hast. So, vielleicht hast du es aber auch schon. Und dann gucken wir mal, was die Karten dir jetzt auf deine Frage, auf dein Thema raten wollen. Und da hatten wir dich gestern auch schon, mach weiter. Bleib dran, mach weiter. Passt ja auch nochmal zum Reading hier des Tages. Bleib im Vertrauen. Wird schon, läuft schon. Mach dir keine Frage. Ja, übrigens, falls dich interessiert, welche Kartendecks ich hier benutze, du findest sie in der Infobox und auch den Link zum Tarotkurs. Denn heute, am Mittwoch, am 1.6. startet ja mein Tarotkurs. Wenn du Lust hast, dich noch anzumelden, dann machst. Dann lass uns zusammen Karten legen. Yay. Ah, und für den einen oder anderen hier, passt vielleicht auch nochmal zu der Winterkarte, ist noch nicht an der rechten Zeit. Dauert noch ein bisschen. Das Timing ist gerade noch nicht perfekt. Mach dabei nichts. Bleib dran. Mach weiter. Bleib am Ball. Schritt für Schritt geht es voran. Jetzt ist noch nicht das richtige Timing. Kommt aber. Wartet drauf. So, das ist die Botschaft für unseren Start in den Juni. Wie gesagt, guck auch gerne nochmal hier in die Juni-Playlist rein für dein Juni-Karten-Reading. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Klick auf Gefällt mir. Lass mir gerne mit einem Kommentar da. Und ja, abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Das übliche bla 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 bla. Bis zum nächsten Mal, deine Denise. Bis zum nächsten Mal.